Super Truck Oh nein, Sam! Bist du da drunter? Ärger dich nicht, Sam. Das hätte jedem passieren können. Oh nein, Amber! Außerhalb der Stadt gibt es einen Notfall und ein Fahrzeug braucht deine Hilfe. Aber wie willst du da hinkommen? Du kommst ja nicht durch bei all dem Schnee. Du hast recht, Lilly. Sam braucht Hilfe. Wir sollten Super Truck rufen. Großartig! Deine Höhle! Dann kannst du dich gleich verwandeln. Wow! Du bist in deiner Höhle, um dich zu verwandeln. Weißt du schon, in welches Fahrzeug du dich verwandeln willst? Oh, in einen super Schneepflug! Natürlich! Oh nein, natürlich! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Keine Sorge, Sam. Du leistest großartige Arbeit. Super Truck kann einfach eine Menge Schnee sehr schnell beiseite räumen. Und du kannst ganz toll andere Aufgaben übernehmen, zum Beispiel die Gehwege. Super Truck ist dafür viel zu groß, aber du hast dafür genau die richtige Größe. Fantastisch, Sam! Ihr habt toll zusammengearbeitet. Ihr habt fast alle Straßen geräumt. Habt ihr Lust zu spielen? Fährst du jetzt nach Hause, Super Truck? Okay, danke für die Hilfe. Hey, wer war das? Tschüss alle zusammen, bis zum nächsten Mal. Hallo Troy, wie geht's dir? Bringst du Güter nach Car City? Troy, pass auf! Oh, geht's dir gut, Troy? Kannst du dich bewegen? Oh, oh. Diese Waren müssen auf jeden Fall heute geliefert werden. Oh. Du brauchst dringend Hilfe. Aber keine Sorge, Troy. Carl, der Transformer Truck, kann einen Tag für dich einspringen. Er wird die Arbeit erledigen. Oh. Du wartest hier und ich hole Carl. Oh. Hey Carl, Troy, der Güterzug, braucht Hilfe beim Transportieren von Gütern. Kannst du ihm helfen? Großartig. Na, dann wollen wir mal. Also, in welches Fahrzeug wirst du dich verwandeln? In einen Triebwagen, ganz klar. Zeit, Carl zu transformieren. Oh. Der Wahnsinn! Schau dir diese Räder an. Wow, du siehst so anders aus. Perfekt. Du siehst fast aus wie Troy. Na, dann gehen wir mal auf die Suche nach Troy. Ja. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Schau Carl, Troy, der Güterzug, wartet auf uns. Also Beeilung! Schau Carl, als erstes müssen die Waggons auf die Schienen. Gut gemacht, Carl! Entspann dich, Troy. Carl wird alle Güter rechtzeitig abliefern. Hier ist doch schon der erste Bahnhof. Carl, schau! Da ist Tom! Das läuft ja super, Carl! Auf geht's zur nächsten Station! Hey, da wartet ja Frank das Feuerwehrauto auf uns. Hallo Frank! Hier ist dein Container. Jetzt aber auf zur letzten Station, Carl! Da ist ja Matt! Schau mal Matt, hier ist deine Fracht. Na also, die Arbeit ist geschafft. Vielen Dank, Carl! Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Zeit nach Hause zu fahren. Tschüss Carl! Wir sehen uns! Tschüss! 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 Tfu! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.